SubCreativity Ich habe mich jetzt für ein Goldteam im Endeffekt entschieden, es ist ein Silberspieler drin und ich muss im Voraus sagen, erstmal Danke an denjenigen, der es eingeschickt hat. Ihr seht den jetzt hier eingeblendet. Das Ding ist bei der ganzen Geschichte, es ist 6 Nationen, 6 Ligen glaube ich und es ist leider Gottes, dass eventuell, naja zumindest eines der Top 3 schlechtesten Squads, die ich jemals gespielt habe, Info 15, da kann er wahrscheinlich nichts für. Ich weiß nicht wirklich woran es lag, aber ich werde jetzt gleich erstmal darauf eingehen. Wir fangen an mit dem besten Spieler im Tor, zunächst einmal wenn er Max of Points bzw. PSN gut haben oder Max noch gut haben braucht, schaut bei King Queen vorbei, Link in der Videobeschreibung, kann er mich unterstützen, genauso wie wenn er bei Senna vorbeischaut, ebenfalls den Link in der Videobeschreibung zu. Dem Marktführer, was Headsets und Kopfhörer angeht, ich weiß, ich war gerade eben schon ein bisschen schnell mit besprechen, aber das passiert teilweise nun mal. Gut, ja fangen wir an im Tor und da haben wir Tim Howard, für den könnt ihr ein Like da lassen, wenn euch das Video gefällt, würde ich mich auch darüber freuen und er sich auch, denn er war der beste Spieler in diesem Team. Er hat viel gehalten, er war zwar auch nicht ideal, wir kennen die Keeper in 4x15, aber er war zumindest deutlich besser als der Rest des Teams, also bei ihm war es einigermaßen in Ordnung, ist relativ günstig, ein relativ guter Keeper. Ich denke mal, da wissen wir alle Bescheid, dann die beiden Innenverteidiger und ja, das waren die beiden schlechtesten Spieler in diesem Team und zwar haben wir einmal Loa Perrin und auf der anderen Seite Distin, so rum habe ich die gespielt. So, Distin, 71 Tempo, 78 Defending, 79 Physics, normalerweise kein schlechter Spieler, mittelhoch Arbeitsrate relativ groß, Skills, Breakfoot passen, Dribbling nicht so geil, aber an sich kein schlechter, trotzdem war der grottig. Der war so scheiße, so unfassbar ungewöhnlich, der hat keinen Zweikampf gewonnen, war langsam bis zum geht nicht mehr. Man muss dazu sagen, ich habe im ersten Spiel gegen Tobi gespielt, was ich mit dem Team gemacht habe und ich spiele extrem ungern gegen Tobi, weil ich gegen Tobi immer Pech habe. Das Momentum ist so heftig, allgemein, wenn ich gegen Freunde spiele, ist das Momentum extrem heftig und gegen Tobi vor allem und das war wieder so und Distin war so unfassbar schlecht, aber das alles wird noch getoppt von Perrin, dem für mich seit neuestem schlechtesten Innenverteidiger in ganz FIFA 15. Er ist klein, er ist langsam, er hat keine Körperstärke, er kann ums Verrecken nicht verteidigen, er hat ein scheiß Stellungsspiel, er kann explizit für mich einfach nichts. Ich fand ihn unfassbar scheiße, ich, naja, würde auf keinen Fall irgendjemand weiter empfehlen. Ich hatte noch überlegt, packe ich hier Diaby hin und hier Koscellny, nein, ich habe mich für ihn entschieden und hier den Sechser, den ich euch jetzt auch zeigen werde, Clément, heißt der gute Mann. Und es war ein Riesenfehler, denn beide unfassbar schlecht, Clément mit seinem Pace, unfassbar langsam, ist an sich nicht so schlecht, wie die Stats aussehen, kann einigermaßen verteidigen, aber er ist einfach effektiv zu langsam, kann nicht passen, kann nicht, Dribbling ist unbegründig, bis zum geht nicht mehr, auch er ein richtig beschissener Spieler. Also diese Defensive würde ich auf keinen Fall weiter empfehlen, nie im Leben baut sie euch auf jeden Fall nicht, denn, ja, um Titi und Conallon sind da um Längen besser und hier gibt es Koscellny, Chesny, das geht auf jeden Fall besser als so und das war wirklich grauenhaft. Ich habe 10 Tore in 3 Spielen kassiert, in einem davon bin ich gequittet gegen Tobi, das war in der 90. Minute, von daher nicht so schlimm. Aber da seht ihr schon, wenn ich gegen Tobi in dem Freundschaftspiel quitte, wie schlimm das Ganze war, also ich bin wirklich mit dem Team überhaupt nicht klargekommen. Und nach dem ersten Spiel war mir schon klar, okay, das Team wirst du scheiße finden, ihr werdet auch keine Tore am Ende des Videos sehen, einfach weil ich nur 5 geschossen habe in 3 Spielen. Normalerweise schieße ich in 3 Spielen so 10 Tore oder sowas, seht ihr auch in den Videos, aber mit dem Team ging einfach effektiv absolut gar nichts. Warum wären wir auch in der Offensive noch zu kommen? Aber zunächst mal zum Rechtsverteidiger. Danilo Innenform hat mich in dem Team extrem enttäuscht, normalerweise ein Spieler, den ich sehr mochte, auch relativ günstig noch für den brasilianischen Rechtsverteidigen mit den Werten, aber er war langsam, relativ zumindest, hat ansonsten einfach nichts hingekommen. Er war auch schlecht im Stellungsspiel, hat die Defensive überhaupt nie unterstützt, war nie da, wo man ihn gebraucht hat und dementsprechend auch eher relativ scheiße. Auf der linken Seite haben wir einen Linksverteidiger, aus Korea brauchten wir für Chemie, auch eher absolut wack. Kann man absolut nicht spielen, Mittel-Mittel-Arbeitsrat und zwar bei 61 Defending, da spürt man einfach 82 für sich, das ist ein Witz. Hat keinen einzigen Zweikampf wirklich gewonnen, ist zwar relativ schnell und relativ groß auch, aber das bringt einem alles nichts, der Typ war auch richtig, richtig wack. Also die Defensive kann ich absolut so nicht weiter empfehlen, brauchte auf keinen Fall machen, auch die Formation war überhaupt nicht für das Team geeignet. Warum seht er gleich noch linken aus dem Mittelfeld, Leonardo, er hat immerhin zwei Tore, nee, immerhin ein Tor gemacht, das war ein Kopfballtor, obwohl ich glaube, er hat, nee, ein Tor hat er gemacht, aber auch eher nicht wirklich gut, hat nie wirklich das gezeigt, was er eigentlich können sollte. Das Dribbling war wirklich unterirdisch, 79 ist für ein Spieler mit 87 Tempo einfach nicht gut genug, vor allem nicht auf den Außen. Dazu die Forster-Skills, ja gut, aber auch die konnten er nicht wirklich einsetzen, der Schuss nicht besonders doll, also auch eher ein relativ wackiger Inform, leider Gottes Recht. Das ist ein richtiges Mittelfeld, das hat mich am meisten enttäuscht, an meinen Lieblingsspieler bis jetzt dieses Jahr, aber auch er musste mich wohl mal enttäuschen, es ist so, weil Quaresma absolut verkackt bei mir, normalerweise, ihr seht an der Statistiken, er ist richtig, richtig gut, hat in den ganzen drei Spielen nicht eine gute Szene gehabt, richtig, richtig scheiße, finde ich extrem traurig, aber naja, so kommt es halt teilweise und ja, auch ihn kann ich in der Formation, beziehungsweise auf der Position absolut nicht weiterempfehlen. Tut mir leid, ich muss auch wirklich sagen, der Typ, der mir das Squad gebaut hat, kann sein, dass du es gebaut hast, dass es dir gefallen hat, aber ich kann es nicht nachvollziehen, was einfach wirklich richtig, richtig schlecht war. Es kann an mir liegen, es kann an der Formation liegen, es kann am Momentum liegen, aber ich weiß es wirklich nicht. Zentral-Offensiv hatten wir dann in Form mal her, auf der anderen Seite hatten wir natürlich ein Perfect-Ding, und zwar Giorgino Veinaldum. Veinaldum, vielleicht noch der Beste aus der Offensiv, aber auch nicht besonders gut. Und der war auch alles andere als stark, schlechter Schuss irgendwie, zwei Tore und zwei Vorlagen gemacht, aber auch er war nicht das wahre Lauf-Duelle gegen Khedira verloren, und oh, Gottes Willen. Also auch er war teilweise unbeweglich, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil normalerweise ist der beweglich bis zum Gehtnichtmehr. In diesem Team hat einfach überhaupt nichts gestimmt, mal her war eventuell neben Quaresma und der Defensive der schlechteste und unerfällig aus dem Platz. Der stand nur im Weg, wenn ich mal aufs Tor geschossen habe, beispielsweise hatte ich eine Chance mit Elkabir vorne drin, den können wir hier jetzt auch schon mal reintun eigentlich. Wo ist er? Da ist er. Und er stellt sich einfach in den Weg, er läuft einfach noch in den Weg rein, er stand weg, er ist gelaufen und er läuft in den Weg rein. Und Kabir selber, ja, Tor ungefährlich, er war überhaupt nicht beweglich, hat 81, nee, 82 Agilität, glaube ich sogar. Hat man nichts von gespürt, das Dribbling ist unterirdisch. Pace fühlt sich nicht an wie 86, vielleicht wie 80 an guten Tagen. Und ja, Forster-Skills-Ur-Biegfurt helfen einem auch nicht weiter, wenn er ansonsten nichts geschissen bekommt. Das Stellungsspiel von ihm auch absolut nicht gut. Und die Passquote in diesem Team, Freunde, alter Schwede, der Beste, ihr seht es hier, hat 76 Pass und das ist der Informat. Okay, hier, er hat auch noch 76, okay, Quaresma hat 77 Pass, aber das hat man nicht gespürt. Vor allem, weil Quaresma ja nie gespielt hat, wirklich. Also es war unterirdisch, die Passquote in diesem Team. Ich kann es leider Gottes nicht weiterempfehlen. Es sieht super nice aus, finde ich. Es hat Spieler drin, wo man sich denkt, okay, die können richtig abgehen. Aber für mich war es einfach mega, mega scheiße, muss ich leider Gottes so sagen. Oder auch solche Teams muss es geben. Dementsprechend keine Tore am Ende. Ich hoffe trotzdem, dass euch das Video gefallen hat. Es tut mir wirklich leid auch an den Hersteller, dass ihr das hier so schlecht reden muss. Aber es war im Endeffekt einfach nicht gut. Ich werde demnächst wieder auf Facebook fragen. Also quasi übermorgen kommt das nächste Sub-Creativity, die nächste Sub-Creativity-Episode. Und habt ihr wieder die Chance, Squads einzuschicken. Deswegen, wenn du heute auf Squads mit dir selber gespielt hast und dir selber gut fandest und so. Sowas mag ich immer relativ gerne, wenn man Squads zeigt, mit denen man selber gut klarkommt. Ich kann mir natürlich auch wieder welche von Footed nehmen und so weiter und so fort. Geht alles klar. BSG von mir aus. Na, wobei BSG würde ich nicht bevorzugen. Gold, Silber, Silber-Gold-Mischung oder sowas. Das passt alles, aber ja, nicht BSG erstmal. Von mir aus, na, Bronze-Teams. Von mir aus auch das geht auch. Silber-Teams komplett, Gold-Teams komplett. Irgendwas, lasst euch was einfallen. Aber BSG würde ich momentan wirklich nicht unbedingt bevorzugen. Gut, das war so ein Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst trotzdem einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Natürlich nicht das beste Video jetzt hier, weil ich halt das Squads nicht wirklich loben konnte. Aber auch sowas muss es geben und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Haut rein, macht nicht die Fehler, mit Pirin zu spielen. Und ciao.